Wir sind hier im Wettbewerb um die Arbeitskräfte der medizinischen Fachangestellten. Wir haben in Berlin eine ganz dramatische Situation, dass gerade junge MFAs massiv abgeworben werden in die Kliniken und dort als einjährige qualifizierte Pflegehilfskräfte eingesetzt werden, die Krankenhäuser in deutlich höhere Gehälter zahlen können. Also es ist kein fairer Wettbewerb mehr. Jetzt erlebe ich bei mir in der Region, weil Kommune sagt ja immer, wir können für ambulant nichts tun. Das muss sich alles auf Bundesebene abspielen. Ich erlebe jetzt gerade, dass bei mir in der Kommune, ländlicher Raum Niedersachsen, Kommune und Stadt, sie hilft aus, wenn das Geld fehlt für die Notfallsanitäter. Jetzt erhöht das Elbe-Klinikum Stadebuxtehude die Gehälter der medizinischen Fachangestellten im kommenden Jahr um 20%. Wenn ich in der Tarifrunde MFA 20% höhere Gehälter für die MFA fordere, werde ich gesteinigt. Weil es nicht gegenfinanziert ist. Herr Gassen, Sie kennen die Situation, Sie wissen, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Föderalismus hin oder her. Ich glaube, wir sollten gemeinsam Kommune und auch Länder mehr in die Verantwortung nehmen. Denn sie tun es ja. Auch die tun es für den stationären Sektor. Okay. Gut.